Bei der Beförderung wirst du ihm niemals berücksichtigen. Das haben sie noch nicht entschieden. Ach, da bin ich mir noch nicht so sicher. Halt die Schlappe! Das ist mein Doppelstück! Das war's für heute. Was ist das? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Pass auf, was du sagst! Wunder! Nimm ihn von hinten! Nimm ihn von hinten! Langt, was ich hier jetzt? Um, nicht mehr! Das war's für dich! Mein Mann! Was ist das? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020